Ich freue mich auf die neue Saison und auf die ganzen Ziele und Sachen, die wir vorhaben. Ich hoffe euch allen geht es gut und wir werden uns bald wirklich mal das erste Mal in der O2 gegen die Bayernland sehen, beim Saisoneröffnung und bis dahin macht es gut und nochmal schöne Grüße aus Kanskagora.